Musik Mein Name ist Mike Ungefroren, Inhaber der Firma Mike Ungefroren Transport und Baustoffe. Wir sitzen hier im Südharz und haben aktuell acht Einheiten im Einsatz. 1991 wurde die Firma von meinem Vater Klaus Ungefroren gegründet mit einem Lkw. 1999 kam ein zweiter dazu und leider ist mein Vater 2006 verstorben und ich musste ab diesem Zeitpunkt die Firma übernehmen. Aktuell haben wir drei Einheiten mit Kran im Einsatz und drei Einheiten ohne Kran und bedienen Kunden im Papierholzsegment, im Schnittholzsegment und im Energieholzsegment. Musik Die Anforderungen unserer Kunden an den Transport haben sich in den nächsten Jahren auch zunehmend geändert. Es wird aufgrund der höheren Kontrolldichte immer mehr Augenmerk auf die Einheitung der gesetzlichen Bedingungen wertgelegt. Die Anforderungen und der Druck auf das Fahrpersonal wächst auch zunehmend. Es müssen Sortimente getrennt werden, Baumarten erkannt und getrennt werden. Es müssen Borderplätze gefunden werden, es muss die ganze Abfuhr koordiniert werden. Das sind alles Sachen, die auf den Fahrer einwirken und womit er zurechtkommen muss. Die Vorteile des High Wisions sehe ich natürlich im Komfort für den Fahrer, die Sicherheit für den Fahrer, den Nutzlastvorteil und natürlich auch in der Attraktivität des Kranfahrerplatzes, der aus meiner Sicht immer attraktiver sein muss, um junge Menschen auch für den Arbeitsplatz gewinnen zu können. Die Entscheidung für einen weiteren Locklift fiel mir recht leicht, da ich ja schon zwei Krane der Marke hatte und ich auch mit dem Service vor Ort sehr zufrieden bin. Der Kontakt und Service zu den Vertretern ist auch ausgezeichnet und das war halt für mich ein ausschlaggebender Punkt, um zu sagen, jawohl, ich kaufe wieder einen Locklift.